Es ist etwas schüchtern, brauchst du doch nicht sein, wir sind doch hier auf dem Outdoor. Wer hat's auch gesehen? Hier legen Frauen ihren kompletten Popo frei. Ne? Ohne. Wie heißt du? Ismael? Okay, Stufe 3. Ich hab gehört, er war letztes Jahr ganz gut. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber bei so vielen Menschen. Juhuha! So, Drinkwater. So, läuft doch, Stufe 4. Guck mal hier, der lächelt noch an, die würden mich jetzt verklagen, die Körperverletzung. Und der lächelt. Aber, aber, aber das tut weh. Sehr gut. So, wir gehen hoch auf Stufe 5, alles gut noch? Willst du noch? Ja, also nochmal der Hinweis, egal, je impulsiver der Arm wird, ja, umso geistig kranker wird natürlich auch ich. Also, wenn jemand sagt, stopp, mir tut was weh, ich möchte nicht mehr, hören wir einfach auf, okay? Ich verstehe kein Wort, was? In Deutsch? Achso, ich soll das jetzt auf Englisch sagen. Also, if you don't want to ride, stop. By your own wrist. Stufe 5, Level 5, halt dich fest. Oh, guck mal, der läuft mit. Oh, 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 stopp, 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 nicht reinspringen. Hier erstmal, hier das kleine Kind zu helfen. Alles gut.